Wir fahren bis nach oben. Wie geisteskrank ist das? Dann kickt out. Yo Leute, herzlich willkommen zu den Gamescom Vlogs Tag 1 und 2. Ich zeige euch, wie ich auf dem Weg anreise und was die ersten zwei Tage so auf der Gamescom passiert. Meine Mom, meine wunderschöne Mom, fährt mich zum Bremer Hauptbahnhof, wo ich Darwin antreffen werde und die Reise zusammen mit ihnen aufnehmen werde. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und wie die OGs unter euch wissen, werde ich auch das Finale von Frag einen Warzone-Spiel auf der Gamescom absolvieren. Das wird ein separates Video, von daher lasst auf jeden Fall Liebe da. Wir sehen uns gleich am Bremer Hauptbahnhof. So, angekommen am Bremer Hauptbahnhof und mit meiner Mom jetzt nochmal frühstücken und dem Ehrenbruder, der auch am Start ist. Was geht? Alles gut? Ich bin auf jeden Fall schon sehr hyped. Wir werden hier aus Crack City, Bremen, ähnlich wie Frankfurt, den Zug Richtung Köln nehmen. Die Regiobahnen waren total überfüllt. Letztes Jahr hatten wir schlechte Erfahrungen mit, haben wir uns ein IC gebucht für 23 Euro. Jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Jetzt wird erstmal köstlich abgeschmatzt hier, David mit seinem Kakao und keine Ahnung, irgendwelche Food-Trends hier. Gleich geht es dann auch schon los. So, frisch gestärkt gehen wir jetzt rein in den Bahnhof und steigen in den ICE. Den Urlaub wollen wir auch direkt mal schön einläuten, die Gamescom-Woche. Auf jeden Fall sind wir hier, wir wissen, Köln, eine wunderschöne Stadt. Alles sehr zentral, hier braucht man eigentlich gar nichts außer so ein, wo sind die? Wo sind die? Hier standen letztes Jahr 100 E-Scooter. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir schnappen uns jetzt ein Taxi und machen uns auf den Weg zum Airbnb. Wir sitzen jetzt gerade auf jeden Fall im Taxi und sind in der Straße angekommen, wo sich unser Airbnb befindet. Wir sind in einer Minute da und dann zeigen wir euch das Ganze mal von innen. Seid gespannt. Juhu, wir sind angekommen im sogenannten Airbnb. Haben wir uns dieses Jahr ausgesucht und ich zeige euch mal ein kleines Show-Up auf Kickdown-Basis, auf Fastline. Drill mal ein bisschen rum. Bild will Buggy mitnehmen auf seinem Auto. Wir haben noch eine Wabaterrasse am Start. Küche auch am Start. Ein riesiger Tisch. Riesiger Tisch für das ein oder andere Kartenspiel. Und hier seht ihr mich in mein Casablanca-Hemd, weil ich hab mich ready gemacht. Handtücher, alles am Start. Hier Einbauschränke, Leike, Bibis, Beauty Palace. Ihr kennt sie. Diese Badewanne. Ich werde mir auf jeden Fall Badeschaum holen. Dann haben wir hier noch ein Zimmer. Da die X-Frau jetzt mit dabei ist, werden Darwin, ich und Buggy uns das teilen. Ich hoffe, die Jungs kriegen keine Beule abends im Bett, weil, ja, da muss ich nämlich komplett los. Sonst dreh ich mich um. Dann haben wir hier hinten noch einen begehbaren Kleiderschrank. Hier sind irgendwelche Kleider drin. Wenn ich irgendwie spontan mich dazu entscheide, ein Kostüm anzuziehen, dann mach ich das hier. BHs und so weiter. Also, für alles ist gesorgt hier. Hier ist natürlich das Präsidentenzimmer. Hier wird sich Dekim seiner Frau aufhalten. Direkt mit dem Wegausgang zur Terrasse. Das ist auf jeden Fall geistkrank. Wie schwer geht das auf? Was ist das? Ich krieg das nicht auf. Wie schwer geht das? Ich krieg das nicht auf. Ich hab's auf. Ich hab's. Ich hab's. Juhi. Hier wird noch ein paar liegen. Da werde ich auf jeden Fall mein Dödel ein bisschen bräunen. Dieses Jahr ist der Rhein nicht ausgetrocknet. Von daher auch gut für uns. Wenn da hinten der Strand Betrieb nimmt am Wochenende, haben wir auch was zu gucken. Die ein oder andere Mama. So nur gucken, nicht anfassen. Und ja. Wir werden anpassen. Let's go. Auf ein gutes Gamescom-Wochenende. Langes Wochenende. Haut rein. Baut euch ein. So angekommen im Rewe. Brauchen wir jetzt erstmal ein paar Snacks für die Tage. Mal gucken, was für uns zu besorgen. So. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen eingekauft hier. Ein bisschen Proviant hier für die Tage. Ihr seht hier die Vorbereitung. Für Frag 1 Raw Zone Spieler. Wir sind auch komplett ready. Und ja. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir in die City gehen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den Messehallen. Und zieht euch mal die Aussicht rein. Das ist direkt bei uns am Airbnb. Rein. Rein in den Rhein. Der Bruder ist auf jeden Fall voll auf Drohne, Digga. Mit VR-Brille. Wo ist deine Drohne? Da oben. Da oben. Komplex, Greg. Er ist richtig auf Ernst. Mach mal mal ein Foto. Machst du Facebook? Geil, Digga. Mach Facebook. Er hat bei Ali Express bestellt. Er testet ein VR-Brille aus. Es ist Zeit für den Vlog. Wir riskieren bei den Knochen alles, was du meinst. Ja, Mann, Mann. Ich sag dir ehrlich. Keine Verkasse als gut. Angekommen auf der Gamescom. Direkt Richtung Halle 8. Erstmal die Lage abchecken. Was trinken, weil wir sind schon alle mega am Verdursten. Der Weg war steinig und lang. Digga, heute ist Mittwoch auf der Gamescom. Und hier ist einfach schon die Hölle los. Das ist wirklich geisteskrank. Obwohl Leute nur Creator, ITler und die Firmenangehörigen Einlass haben. Es ist hier schon so viel los. Ich will gar nicht wissen, wie es am Samstag hier aussehen wird. Ankommende Halle 8 bei Red Bull und Co. Ihr könnt ja einmal sehen, was hier so abgeht. Es ist auf jeden Fall schon voll. Ich will aber gar nicht wissen, wie es Samstag aussehen. Wie gesagt, für einen Mittwoch geisteskrankt voll. Hier ist ein Schein, Mann. Ich habe gekickt, da ist total so bereit. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen gereift hier. Ach, Digga, ich bin so kaputt, Digga. Mach lieber morgen, Bruder. Ich bin finished, Digga, zieht euch mal rein. Ich sehe voll fertig aus. Ich habe auch noch diese Red Bull getrunken. Du weißt, ohne Alkohol, alkoholfreie. Jetzt kracht es richtig. Wir machen uns wieder auf den nächsten Stand. Erstmal noch einballern. So, Digga, wir testen jetzt auf jeden Fall gemütlich auf dem Mittwoch die ersten Sachen, weil abborden werden überall geisteskrank geschlagen sein. Hey, ich bin steck geblieben, Lach. Wie freilich. Bruder, guck mal, ich bin steck geblieben. Bruder, du musst Motor anmachen. Ihr müsst Motor anmachen. Hey, ich bin Beifahrer. Du bist Beifahrer. Richtig. Digga, das ist das für Kack, Junge. Ich bin bei mir gerade drüber. Yeah, nice time. Yeah. 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 Oh, shit. Oh, shit. Mach Platz, du schenk, du schenk. Oh, okay. Check this out, buddy. Ich mach Hörerschein. Ich mach alles. Ich mach das, buddy. Django. Kick, 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 kick. Oh, okay. Warte, warte. Wir haben den schon warm gefahren. Guck mal, 140. Gart. Ja, merkst du was? Hörerschein. Was sagst du dazu, Bro? Scheiß, auch schwieriger. Ich bin's, Broder. Gebt dir meinen Namen. Ich sag euch ehrlich, es ist 19 Uhr. Der Tag endet langsam hier auf der Gamescom am Mittwoch. Aber hier ist noch wirklich geisteskrank hier los. Auch wenn es nicht danach aussieht, haben wir mit viel weniger gerechnet. Die meisten befinden sich draußen hinter Halle 8 an den Red Bull-Ständen. Und ja, die Jungs fahren hier immer noch. Die sind süchtig geworden. Mal gucken, wie es später aussieht, was wir noch so machen. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Das Video unbedingt liken und den Kanal abonnieren, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. Das müsst ihr unbedingt machen. Unbedingt. Ich sehe gerade einfach, wie geisteskrank ist das? Der hat einfach einen Computerrucksack, Digga. Yo, Homeboy. Crazy, Digga. Was hat der denn für ein Setup? Der ist richtig auf ein Rode. Irgendwas. Lautsprecher. Stream Deck auf Arm. Monitor euch hier. Yo, Leute. Was geht ab? Es wird's. Der Jack kickt out. Guckt euch mal an. Der hat hier noch Double-Webcam. Der kann über Stream Deck switchen. Und seinen PC einfach. Was ist das für ein PC? Was sind alles verbaut? Das ist ein Mini-PC. Mini-PC? Geil, crazy. Das ist halt billiger als so ein In-Real-Life-Backpack. Also es kostet vielleicht ein Viertel das Ganze hier. Und es kam mehr. Geisteskrank. Mit so einer richtigen fetten Power. Zeigt mal hier nochmal deinen Stream. Ey, Leute. Was geht ab, Model? Geisteskrank, Land. Jawohl. XLS. Mod of the Year. I'm the first you know my name, Model. Diki, ich will auch so ein Rucksack. Ich will auch so ein Rucksack. Ich will auch so ein Rucksack. Papa, kaufe dir so ein Rucksack. Haha, yippie. Wir haben einfach von COD den Spätzless-Skin gefunden, la? Auf Deutschland. Ja, okay. Aber sowas ähnliches. Du weißt schon, was ich meine. Geil, machst du ernst? Okay. Jawohl, Hobi, bleib gesund. Jetzt geht's ab, Model. Wir fahren bis nach oben. Ich bin's, Digga. Kein anderer. Sikere! Sack, du schweig rechtzeitig. Ja. Ja. Ich hätte mich komplett lang geliebt. Ach du Scheiße, Scheiße. Tag, danach gehen wir nach Hause. Dankeschön. Und lasst uns den Abend ausklingen mit einer Pfeife auf der Terrasse. Guten Appetit allen. Lassen Sie es uns schmecken, ja? So, wir haben gerade auf jeden Fall fett abgeschmatzt hier bei Peter Pane hinter mir. War auf jeden Fall, ich würde sagen, 8,5 bis 9 sogar. Die Burgies waren sehr, sehr stark. Ich habe noch nie in meinem Leben so leckere Onion Rings gegessen. Jedem zu empfehlen. Jetzt gehen wir uns Limes schnappen und dann nach Hause den Mittwochabend ausklingen lassen. Wir sehen uns dann gleich zu Hause auf der Terrasse. So, wie ihr sehen könnt, lassen wir jetzt hier den Abend nochmal ausklingen. Auf ganz entspannt. Ziehen wir uns ein bisschen Mucke rein. Guck dir mal seine Socken an den Lied. Das ist auch eine Pfeife. Das ist natürlich bald seine Socken rein. Tja, heiße dich auch. Du hast mies geschwitzt. Und nicht nur deine Socken haben mies geschwitzt, auch dein Jarroh. Für den heutigen Abend beende ich den Vlog. Wir sehen uns auf jeden Fall dann morgen wieder in Neuer Frischöf. Jo Leute, wie ihr auch schwer kennen könnt, neigt sich der erste Gamescom-Tag dem Ende zu. Wir sind hier alle zusammen auf der Terrasse. Kannst du unseren Tisch gerne einmal zeigen. Der Leergefekte ist wie der ein oder andere Dyson, ne? Alkohol. Was? Nun, ich hoffe, euch hat der erste Tag von der Gamescom gefallen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und liked das Video. Kommentiert auch für den Algorithmus, weil sonst... Bis zum nächsten Mal.